Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo und heute haben wir Team CM Yu-Gi-Oh! auf dem Kanal. Und die haben ihr Video schon vor über einem Monat bei mir eingesendet, aber ich habe es jetzt gesehen, weil die YouTube Inbox einfach nicht available war innerhalb der letzten Wochen. Und ja, ihr denkt euch vielleicht, hey, warum mache ich eigentlich keine Yu-Gi-Oh! Pro-Dev-Pro-Replays? Ja, ich kommentiere lieber darüber, aber es gibt Leute, die machen gerne einfach ein paar Duelle zusammen mit einem Deck und schneiden das zu einem Video gerne zusammen. Und unter anderem macht das der Kollege Team CM Yu-Gi-Oh! und bietet eine Varietät an unterschiedlichsten Decks mit Replays und Deck-Profile anschließend hinten dran. Daher, ja, ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich wünsche euch noch gute Unterhaltung bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.